Das Finale kommt immer näher. Zwei Performances stehen noch aus. Und ich freue mich jetzt. Sie kann sich schon mal bereit machen und ins Backstage gehen. Gleich kommt Esther. Esther! Kannst du singen, oder? Esther! Mein Name ist Esther. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus München-Gladbach und arbeite bei einer Airline als Kundin. Als Kundin? Was habe ich denn da für einen Scheiß? Als Kundin-Beraterin, wollte ich sagen. Was denkst du? Ich will was Starkes hören. Es ist mir egal, ob es Rock, Pop, Soul, R&B ist. Ich will einfach eine starke Stimme haben von einer starken Frau. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Musik mache ich eigentlich schon mein Leben lang. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es eine Zeit gab, wo es keine Musik gab. Mit fünf habe ich angefangen, in einem Gospelchor zu singen. Wir sind in eine Gemeinde gegangen mit der ganzen Familie. Dort haben wir dann auch als Familie fast alle in einem Gospelchor gesungen. Seitdem mache ich Musik. Jetzt kommt eine Ballade. Ich glaube auch. Jetzt kommt eine Ballade. Ich glaube, ich könnte die 100 damit überzeugen, dass ich einfach authentisch bin, weil ich auf die Bühne als Esther gehe und bei dem Auftritt immer noch Esther bleiben werde. Und ich denke mal, dass mein Gegenüber das auch spürt, wenn man authentisch ist und einfach bei sich ist. Wie sie lächelt. Sehr, sehr schönes Outfit. Eine wunderschöne Figur. Ich finde sie wunderschön. Ich habe gar keine Vorstellung, wie viele von den 100 ausstehen werden. Und um ehrlich zu sein, möchte ich auch gar keine Vorstellung haben. Ich möchte einfach sehen, was passiert. Und so ist halt das Leben auch. Sie hat gar nichts gesagt. Die können sich auch entscheiden, nichts zu sagen. Sie sagt nichts. Sie sagt gar nichts. Sie sagt, es gibt immer mehr viele filmen. Sie sagt, es ist nicht klar. Sie sagt, es wird sich nicht elevate. Für seine Mit Multip componieren. Vizio, ist diese Montage��고. Jounds lines hören zu gehen. S... Sie sagt, ichоже Sie principe, kann man gew睡 combinerer. Mit 살짝 ranken Nisch? Oh, ich stört schon auf, ey. Ja, it will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you. Ooh. Ooh. Tears, streams, down on your face, where you lose something you cannot replace. Tears, streams, down on your face, and I will try to fix you. Ooh. Lights will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you. Woo! Woo! Thank you. It's true. Thank you, baby. Thank you, baby. Tears, streams, down on your face, where you lose something you cannot replace. Tears, streams, down on your face, and I will try to fix you. Tears, streams, down on your face, and I will try to fix you. Oh, 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 oh! Das ist ganz gut. Ich kann gar nicht moderieren, weil ich heulen muss. Oh Gott, ich bin glaube ich nicht die einzige, die hier gerade heulen. Ich heulen wirklich. Oh nein, meine Maske bringt mich um. Ich heule nicht. Nein, nein, nein. Esther. Oh Gott, Patrick. Das ist mir noch lieb. Nein, nein, nein. Esther. Also ich bin nicht die einzige, die du zum Heulen gebracht hast, sondern sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Und hier, wow, ist deine Stimmenanzahl. Thank you. 97 Profis sind für dich aufgestanden, liebe Esther. Und ich habe sie alle hier noch nie so schnell aufstehen sehen. Also sobald ihre Buzzer waren scharf und die haben alle gedrückt. Direkt in der ersten Sekunde. Armin, was hat der Song mit dir gemacht? Dafür bin ich hergekommen, für solche Momente. Ernsthaft. Das ist mein Ernst. Das ist mein Song, wirklich. Das ist mein Song. Ich habe den Song früher, bin ich nachts auf dem Hügel geklettert, habe meine Gitarre mitgenommen, Songs geschrieben und manchmal auch andere Songs gespielt. Und der Song war immer dabei. Das ist einfach... Und du hast das so gesungen wie eine Künstlerin. Das warst du, das war deine Präsenz und nicht irgendetwas, was du sein willst. Vielen Dank. Danke. Ernsthaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Dave. Ich weiß nicht, ob ich dich gerade ansprechen kann. Ich weiß... Es ist... Ach, Maul. Wir alle brauchen gefext zu sein. Alle von uns haben irgendwelche Schmerzen. Diese letzten zwei Jahre waren sehr schmerzhaft. Und ich fühle mich berührt und getoucht. Danke, Dave. Du hast so recht. Ihr seid alle, auch die drei, die da stehen, ihr seid alle so unfassbar gut gewesen heute Abend. Ja, also es kommt ja noch eine Person. Aber liebe Marina, du warst so toll. Du hast 90 Stimmen bekommen. Jetzt leider zu dir Tschüss sagen zu müssen. Tut weh. Ist okay. Aber so ist das Spiel. Und deshalb nochmal bitte einen ganz großen Applaus für Marina. Marina geht zurück in die Lounge. Und liebe Esther, du kannst dich auf Platz 1 stellen. Ich bin ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.